willkommen zurück freunde weiter geht's indem wir den palast von futaba verlassen haben wir hier viel entdeckt sehr schön und jetzt geht es ja darum herauszufinden wie sie uns die tür zu ihrer kammer freiwillig öffnet das müssen wir allerdings wieder in der realen welt machen so ne wir haben nur 36 37 ok im ersten moment habe ich gedacht dass das der ladebalken wir und dann ist mir eingefallen ist er gar nicht und was sagt das team ach stimmt der will mit der pranger karte das schon durchführen im ersten moment im ersten moment im ersten moment m Okay, gut. Ja, wir können natürlich nicht raus, weil wir schon müde sind. Okay. Kennen wir. Ja, mal schauen, kann ich nochmal hier. Sehr gut. Also Dietrich haben wir genug. Nee, da können wir nicht viele machen. Dann machen wir hier davon vier Stück. Vielleicht... Na, wir kommen schon. Sehr schön. Aber unser Können geht natürlich noch nicht eins hoch. Oh, nochmal ein Bonuspunkt. Wunderbar. Oh Gott, wer ist das denn? Auf Utaba, oder? Oh Gott, wer ist das denn? Okay. Nerd Alarm für morgen. Bücher lesen ist angesagt. Nein, 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 nein. Shit. Hm. Ja, gut. Okay, dann treffen wir uns mit den anderen, weil oben rechts stand ja... Genau, da steht, begeb dich zu Futabas Zimmer. Und das wollte ich eigentlich machen. Hm? Hm. Ja. Ja, dann machen wir das und dann haben wir nämlich auch die kompletten Sommerferien zur freien Verfügung. Ja, das ist der beste Ausstellung. Du kennst einen Method? Ich denke, es ist ziemlich einfach. Futaba weiß nicht, was wir tun in ihrer Palastin, richtig? Also, wenn wir sie sagen, dass wir sie ihr Herz haben, wird sie sicherlich öffnen die Tür und uns in die Tür geben. Wait, das ist es? Futaba will eine Veränderung des Herzens haben. Nach allem hat sie uns für diesen entsprechenden Wissen kontaktiert. Dieser Wille sollte sie auch die Tür öffnen. Du bist richtig. Unsere Gefühle sollten durchgehen, wenn wir nur mit ihr sprechen. Okay, ich glaube in Futaba. Komm, lass uns das machen. Alles klar. Ein Einbücher? Was ist das? Hm? Wann hat es hier getrennt? Woh, woh! Wie bist du? Ich bin die andere du. Ist das eine Art Hallucination? Es ist anders als das Oller. Also wenn sie die App auf dem Handy hat, wird sie ja in Gruppenmitglied werden. Geht ja gar nicht anders. Sehr nice. Was passiert mit deinem Mutter? Die Wahrheit. Warum hast du entschieden, auf die Phantom Thiefs zu verabschieden? Das ist... Are you simply going to shut yourself in and do nothing? Are you going to avert your eyes from the true answer? If so, I will kill them in your world. What should I do? We're sorry for sneaking in so many times, boss. There's no mistaking it. This is the same door as in the palace. Hello, Futaba. You're there, aren't you? I doubt she'd answer. Alibaba, we know you're there. It doesn't matter if it's through chat messaging. Just answer us. In order to steal your heart, we need you to open this door. We can't change your heart otherwise. Please let us in. The other you within your heart told us to have you open it. Deep down, you want to open this door, don't you? You want to open this door, don't you? Right. We're trying to uphold our promise, but you're the one resisting us. Na los. 10 seconds. Oh, man. Fine, but if Boss comes home, we'll kick down the door and enter if we must. Time's up, Alibaba. We need to change her cognition. Better to be completely safe than sorry. So she has to be the one to invite us in. Futaba, please open the door. All right, let's go in. What is this? Medical science, information technology, biology, psychology. These are all technical books. She keeps herself cooped up in a room like this all the time? Where's Futaba? Where could she be hiding? The closet? She'll shut herself in to the bitter end, hmm? Even if that door's opened up, we'll get stopped again inside. I bet a fence or something formed right in front of the treasure now. This makes no sense. Explain yourselves. Wow, she talked. Die ist halt nicht auf den Kopf gefallen, ne? Why'd you call yourself Alibaba and make things more complicated? If you wanted help, you could have just asked for it. Because I was embarrassed. Huh? Oh, my bad. I didn't catch that. Because I was embarrassed. I think I get it. Asking someone for help isn't that easy. Futaba, can you tell us more? How do you know about the cognitive world? Because I knew about it. Oh, that reminds me. Boss was talking about cognition or something before, right? You think this is related to how he was getting grilled by that one lady? Perhaps her mother was researching this cognitive science that was mentioned? Cognitive science with a PSI in front. Less science, more supernatural. That's important. Well, that certainly got her attention. It seems we're on the right track. So, cognitive science? What was your mother working on? Please tell us. What happened? She's not answering. Yo, maybe save this for later? Seems she's been through some serious shit, so... You know. True. She did say things like, die. Hold on. Futaba-chan. Did you really kill your mother? Whoa, you moron! Wasn't her death an accident? What actually happened? Maternity neurosis? Is that really true? An. We saw what your heart is like, but we still can't figure anything out. The mother that Boss told us about is completely different from your cognition. We want to hear the truth from your mouth. My mom was... The one who killed her was... It's possible that she can't remember because her heart has become distorted. I'm so sorry, Futaba-chan. It's just that... I went through a lot myself, and I... I'm sorry. There! Now steal it! What's gotten into you all of a sudden? Come on! Hurry it up! We did come to steal your heart, but it's not really done right here at this moment. All you really had to do was open that closet door. I'm sorry we made you jump to conclusions. You don't have to be like that. I see. She went back in! What's the meaning of this? Did you guys trick me? No! Please listen! There's a reason we had to do this. She's aware of the cognitive world, but it seems she doesn't understand how a change of heart occurs. Um, Futaba, how much do you know about the cognitive world? I know that there's another world based on cognition, but I don't know how to get there. Can you guys go there? You said you saw my heart earlier. Yes, that's right. How do you do it? We use a smartphone app. An app? Yes. By entering the required information, we can go to the cognitive world. A name, a place, and a distortion. Those three. So in this case, Futaba Sakura, Sojiro Sakura's house... Futaba? You don't happen to have this app, do you? This? I don't. Thank goodness. Okay, then. Can you take me with you, too? Why are you even asking? Of course she can't come with us. I'll leave it to you, then. Good. And you better not forget about our promise, all right? Oh, yeah. Almost forgot. The treasure's not gonna appear if we don't ever read this. Hmm? A calling card? It's the one you prepared. Read it. I can't read it. It's too dark. You could just come out. It's embarrassing. What? I'll make sure she reads it, so you guys go on ahead. Futaba, make sure you read it, okay? Okay. Let's see. Futaba Sakura has committed a great sin of drowning in sloth. Thus, we will rob every last bit of those distorted desires. No, I'm going to die. Good. Kitty, you again? Wunderbar. Sehr schöner Dialog. Und auch wieder von traurig über lustig. Alles war dabei gewesen. Das Game ist echt verdammt geil. Weil, gerade auch so ein bisschen die Charakterentwicklung aus diesen ganzen dümmlichen Kids sind eigentlich, ja, selbstständige, starke Persönlichkeiten geworden. Die aber natürlich immer noch Kids sind. Und ich bin mir sicher, dass gleich... Ach so, okay. Also ich... Nein, da müssen wir nicht hin. Genau, hier wollte ich hin. Und zwar einmal komplett nach... ...oben. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir sie gleich hier auch sehen werden. Und sie sich dann dem Team anschließt. Wunderbar. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja noch den Schatz finden. Ich muss auch noch mal eben schauen. Ja, die, ähm... Schicksalssamen oder wie die heißen, die drei Totenschädel haben wir ja schon eingesammelt. Ja, ich hoffe, dass das auch ein einigermaßen anständiger Ort zum Farmen sein. Ja, obwohl, wenn wir hier das Ding abschließen, ist es ja vollkommen egal. Das Ding... Na, komm schon. So, dann einfach mal komplett von hinten. Ich kann es fühlen. Da oben können wir... Moment, haben wir... Ja, da haben wir den Schatz. Okay. Ja, sah sehr spektakulär aus. Und wir haben alle Gegner skippen können. Sehr nice. Okay, das ist jetzt kein harter Gegner. Das ist gut. Oh, da oben haben wir noch einen Schatz. Ja, ich weiß halt nicht, ob wir uns da jetzt nochmal durchquälen sollten oder nicht. Also, das, was ich jetzt hier gemacht habe, könnte mir nochmal um die Ohren fliegen. Okay, daneben ist gut. Sehr schön. Jetzt nochmal da drauf, weil der wird den nächsten Angriff machen. Gut. Showtime, weil dann ist die auf jeden Fall gewone-hitted. Ja, der greift trotzdem nochmal an. Down ist er. Woher kommt der jetzt auf einmal? Aber zum Glück konnten wir den überfallen. Sehr schön. Wir werden an Joker übergeben, damit er HP regenerieren kann. Sehr schön. Wunderbar, was hast du? Ja. Ein Vierer. Ein Vierer SP. Wunderbar. Komm, machen wir einen dicken, mächtigen Angriff. Wunderbar. Ja, Tausende. What the... Der ist schon mal down. Sehr schön. Ich glaube, ihn haben sie immer geblockt. Sehr schön. Und er finischt ihn jetzt. Und er finischt ihn jetzt. Wunderbar. Und der nächste wieder. Ich glaube, weil wir halt diese dicke... diese dicke Alarmstufe haben. Er hat das Ding mal schön weggeblockt. Drecksau. Ne, erst mal... Hauen wir die weg. Sonst schotten wir uns selber. Sehr schön. Ne, das machen wir nicht. Ja, ja, ja. Und das machen wir nicht. Ich will nicht geschockt werden. Wunderbar. Dann machen wir einen mächtigen Angriff. Okay, jetzt müssen wir erst mal schauen. So, da hinten haben wir einen dicken, roten. Scheint aber auch der Einzige zu sein, auf dem Weg zur Tue. Ah, shit. Ich wollte mich eigentlich hinter die Säule stellen. Ah, ich glaube, da sind wir auch. Ach, kein Wotsolls. Na gut, ein normaler Angriff. Sehr schön. Wunderbar, daneben. Das ist das Wichtigste. Ja, okay, den hat er weggeblockt. Gegen Eis war er ja anfällig. Was sagt er bei Feuer? Ja, da können wir, glaube ich, auch einfach den Rush machen. So. Einmal einen mächtigen Angriff. Ja, komm schon, Anne. Nein. Aber jetzt so, Yugi. Sehr schön. Und nochmal Level Up mitgenommen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Okay. Graben auf 80% runter. Nice. Gut. Das ist das Item, was uns gleich den Arsch retten wird. Und bevor wir da jetzt reindüsen. Na doch, das war richtig. Nee, wir müssen Skills einsetzen. Alle erst mal hochhalben. Die SP sollte uns eigentlich nicht um die Ohren fliegen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sojiro Sakuras Haus und dann etwas über Distortion. 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 Hm? Nicht wieder. Du hast sie getötet. 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 Nein! Oh, da oben standen eben Power Rangers Figuren. Ist mir eben erst aufgefallen. Das ist richtig. Ich erinnere mich jetzt, wenn sie hier waren. Ich... Ich messagte Doom im Chat und... Input akzeptiert. Searching for Route to Destination. Ich kann in jetzt gehen? Nein! Du bist ein Plotter. Du bist derjenige, die uns verletzt. Du hast es. 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 Ich kann es nicht mehr nehmen. Beginnen Navigation. Du hast es. Wie geht's das? Teilchenオブ St Es geht dir? Ja. Okay, lasst es. Be careful. T-Tresuer! Es gibt etwas hier. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Ist es ein Schädel? Nein, dann... Es ist nicht Futaba. Nicht sagen. Das ist verrückt! Wenn es nicht ein Schädel ist, dann was ist es? Es ist ein Kognition! Ein Monster, das Futaba's Kognition kreiert! Wie kann das sein? Hey, schau! Nein, nein! Hier kommt es! Hier komme ich! Gut, dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen kämpfen, bevor Futaba uns rettet. Also, kein physischer Angriff, sondern Skills. Sehr schön. Ja, nein! Geh rekt! Persona! Geh runter! Persona! Verpasst dich! Geh das! Geh das! Geh das! Das tut! Ja, hat schon gut reingeballert. Was ist das? Nein, nein! Der Schädel hat sich verletzt! Autsch! Ei, 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 ei! Persona! Ja, ich glaube... Wir müssen hier ein bisschen... Oh! Ich habe das! Ja, das ist gut! Vor allen Dingen gerade dieses Ausdauer, Verteidigen, Angriff, das ist schon nice. Ja, da haben wir auch einen merklichen erhöhten Damage. Oh, ein Glück. So, gehen wir mal in Deckung. Ja, hat ja trotzdem noch quicken Damage gemacht. Ja, bei der HP passiert aber nicht gerade viel. So, da... Nur eine niedrige Menge, aber okay. Danke! Ich empfehle dich. Danke! Oh, das ist nicht gut. Ich kann es überhaupt nicht sagen, wenn es... Was bedeutet, du kannst es nicht sagen? Du musst es uns sagen, Mona! Ich kann es nicht helfen! Es gibt einige Dinge, die sogar ich nicht machen kann! Jetzt kommt Futaba! So, das ist in meinem Herz. Ich habe nicht gedacht, dass es so wäre. Huh? Do you remember? This is the suicide note. The men in black suits read it right after Mom died. That's correct. Look at the next one. This... This is... When Mom jumped in front of that car. That's right. That's right. Now the next. No. Don't run. I thought you made your mind up after you talked to the Phantom Thieves. Okay. Oh, look. It's me complaining. Mom scolded me for bothering... Yes. I knew it. It was me you killed Mom. I was a bad daughter. I weighed her down and she hated me for it. It's just like I remember. Are you sure? Huh? Remember everything. Don't avert your eyes. When did this happen? Just a little before Mom died. I whined about wanting to go on a family trip. But she scolded me and said no. Was that all she said? Mom said. I'm too busy right now. I need to finish my cognitive research as soon as possible. And what did you do? I threw a tantrum. Told her she thought her research was more important than I was. That's when she scolded me. What did she say afterwards? There was more. Uh... Did she say... My research is almost over. Once it's finished, we can go wherever you like. I'm sorry I've left you alone for so long, Futaba. Please try to understand, though. This research is really important. I need to complete it. Even if it costs me my life. Did she hate you? She didn't? What? 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 She smiled. My head! It hurts! Which is true! Your memory is... Huh? It's calling me? What the hell? We're not doing shit to it! Huh? Futaba? You came into your cognitive world? Mhm. The person themselves coming into their own palace? If that happens... That's... You killed her! No! Why don't you say something? It's your fault! It's my fault. It's my fault that Mom... That's right! You killed me! Wait... Is that monster her mother? Futaba's desires and guilt must have distorted her cognition of her. The wish that her mother was alive again is mixed in as well. Along with those eerie jeers. You are nothing but a demon who stood in my way. I wish you had never been born. That way I could have announced my results without having to waste my time on you! I poured my heart and soul into that research! It would have been the discovery of that century! What does she mean by that? Could she be talking about cognitive science? You're going to die! You have no meaning to your life! No one needs you! Nobody cares about me. I should never have had Futaba. She was always such a bother. It seems you caused your mother a great deal of trouble, Futaba-chan. She must have had some kind of maternity neurosis. No one needs you! No one needs you! They have that verdict. I don't need you! I can't believe it! Just not be aBLED! She's not leased! Und weil sie glaubt, dass sie verdient zu sterben ist... ...Futaba gab es in einem Haus, in der ihre Mutter will sie sterben? Futaba-chan, schau! Das Monster ist deine Mutter! Es ist nur eine Illusion, die du hast! Aber... Sie hat niemals verabschiedet, oder? Sie... Boss hat uns gesagt... Er hat gesagt, sie hat ihr best gemacht, um dich alleine zu holen! Ist das eine falsche Erinnerung, die auf dich verabschiedet hat? Eine falsche Erinnerung? Du hast deine Mutter verabschiedet, all ihre Forschung, Futaba-chan. Sie hat so hart gearbeitet, sie hat sie verloren. Und es ist alles wegen dir. Es ist deine Mutter! Mom! Ich... Ich... Es ist ihre Schmerzen! Futaba-Sakura, erinnere dich! Du bist der Grund, sie verabschiedet hat. Du bist nur in der Lage von ihrer Forschung. Warum glaubst du es sei? Du bist der Schmerzen! Weil der Schmerzen! Genau! Die Männer in die Schmerzen schmerzen ihre Schmerzen zu dir. Und was er geschrieben hat? Alle ihre Schmerzen... über mich. Ja. Die Schmerzen und die Schmerzen haben dich verabschiedet. Deine Schmerzen sind nicht so schlecht! Die Schmerzen nicht so schlecht. Die Schmerzen haben sich über die Schmerzen verabschiedet. Das war's für dich. Get mad. Don't forgive those rotten adults! It's because I couldn't face myself. Or Mom's death. Even then, why did they have to yell at me like that? Utaba-chan? What denies you is an illusion. A curse put upon you by the heartless. You knew from the very beginning. And yet, you cowered in fear. That's right. I knew, but I... It's all your fault. This time you'll be the one to die. Will you die as you were told? Who will you obey? Cursed words spat out by a seething illusion? Or the truth within your own soul? It's your fault! It's all your fault! I won't let those distorted lies deceive me anymore. And I won't be led astray by others' voices either. I'm going to trust my own eyes and my own heart to distinguish the truth from the lies. There's no way you're my mom! You're just a fate created by those horrid adults! I'll... I'll never... I'll never forgive them! What is that? Huh? Whoa! Contract. I am thou. Thou art I. The forbidden wisdom has been revealed. No mysteries. No illusions shall deceive you any longer. Futaba! I'm okay! Look at that! Please, help me! Oh shit, ist das abgedreht. Aber geil. Futaba! I know I can praise you to be like that! How dare you run around with such an awful... The only thing you should be doing is to pay my honor! Mom... No, that's not her. You're just a monster! Talking back to your own mother! You've spent too much time with me! No good luck! Haven't you? I'll crush them! Hear it all! Damn! It's going to swoop down on us again, isn't it? What can we do? Don't worry. I'll take care of it. This is my heart's world, right? Hacking into my distortion should be no problem for me. I won't let you! You goddamn rats! Now it's our turn! Here goes! I'm summoning our ultimate weapon to the battlefield! I'll shoot it! I'll shoot it! I can shoot it! Mind if I do it? I can shoot it down! I'll shoot it! I can shoot it down! Mind if I do it? I can shoot it down! I'll shoot it! I can shoot it down! Rod, do I have to go to the battlefield now? Persona! Dann nehmen wir den guten Arsene wieder. Und nochmal ein bisschen Elektrizität. Bisschen Eis. Okay, sie dreht gerade ein bisschen durch. Wieso hat sie eigentlich keine Maske? Gut, sie sitzt in der Untertasse. Da braucht sie, glaube ich, auch keine. Das ist das Grund, dass ich in der Realität leben werde. Selbst wenn sie nicht da mit mir mit mir mehr. Und ich werde leben meine Leben so frei und glücklich wie ich kann. Für ein Kind zu leben auf deinem kreuzigen Welt, sie brauchen eine interessierte Mutter-Finger, wie ein Nerd. Ich bin... Fake. Okay, was zaubert sie jetzt wieder hervor? Wunderbar. Wunderschöne Richtung. Schau die Tipp an sie. Gut, Anne ist bald soweit. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass Futaba uns immer beschützt. Fersona, mach das! Okay, jetzt nicht, aber war auch ein einfacher Slam. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt ein Showtime wäre geil. Und nochmal gib ihm. Wenn wir das nochmal machen müssen, würde ich Ryuji schicken, weil der ja ein bisschen anfällig ist. Ja, wir sollten wieder ein bisschen Healen betreiben, ne? Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber egal. Dann bekommen wir wieder Angriff, Verteidigung, Präzision und Ausweichung erhöht. Machen wir auch ein bisschen mehr Damage. Ach komm, hier ein bisschen mehr Bums raushauen. Da fällt mir ein, bei Anne können wir glaube ich auch den etwas dickeren Feuerzauber raushauen. Sparflamme brauchen wir nicht. So, nehmen wir hier mal Arsen, der braucht ein schön vieler EP. Sehr schön. So, hier haben wir, genau, den mittleren Feuerschaden. Das ist meine andere Selbst. Ich lenne es. Na, bekommen wir hier nochmal irgendwie Support von Futaba? Oder vom Basilisten? Sehr schön. Immer schön weiter, weiter, weiter. Ja, einmal Support wäre nicht schlecht. Ja, einmal Support wäre nicht schlecht. Du hast nicht drastet. Du hast nicht drastet. Gut, dann werden wir nochmal nachbessern. Auf jeden Fall auch nochmal hochhallen. Weil so fresh sind die auch nicht mehr. Ja, jetzt ist die Paybackzeit. Na, ich hätte vielleicht auch Ryuji durch Mona auswechseln können, damit wir da nicht mehr diesen Schwächevorteil haben. Oder Nachteil ist es ja. Der Gegner ist stark. Nichts tun, dass du nichts verletzt hast. Und jetzt ist halt die Frage, nee, da werde ich wahrscheinlich warten müssen, bis wir Ryuji haben. Aber dafür, dass er schwach gegen diesen Angriff ist, macht er noch nicht mal so viel Damage. So, was sagst du denn gegen Nucular Damage? Natürlich nicht so viel. So, jetzt haben wir ihn hier. Aber ich kann hier irgendwie... nicht... Konnten wir das nicht? Oh, na gut. Dann muss er halt so lange durchhalten, bis er tot umfällt. Ja, gemessen an den teilweise starken Gegnern. Ja. Ja. Wir schießen es ab. Ich kann es ab. Ich kann es ab. Okay, dann mach du. Ja, Ryuji ist ein bisschen benommen. Schade. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Dude heißt, der das macht. Wenn der damit durch ist, dann werden wir sie auch killen können. Und dann können wir jeder jeweils zweimal mit physischen Attacken angreifen. Und beim letzten Mal hat er das Dude Damage gemacht. Ja, ich kann es nicht so gut machen. Ja, ich kann es nicht so gut machen. Ja, ich kann es nicht so gut machen. Ich kann es nicht so gut machen. Alles, was du gemacht hast, war es in der Weg meiner Forschung. Ich sollte es nicht so gut machen. so hard because of me the one who decided my existence was a burden on her is myself no one else no matter how much you struggle you'll never escape me you will be tormented by your personal we will kill you! forever! that's impossible! no! with them? even the impossible can be made possible! not the children who can't fight ever! just be punished! no, we are now friends! sit! this! wunderbar! da war der support auf den ich gewartet hab change direction! aim the tip at her! gut, jetzt nutzen wir einmal den support weil in der nächsten runde wird er dann die höhe einstellen und dann wahrscheinlich schießen und wenn das ding hier drei runden hält dann passt das! kann ich zumindest eine runde lang erhöhten damage machen im nahkampf sehr schön sehr schön ah wunderbar dann können wir sogar noch zu die kompletten beiden runden das ding ausnutzen ja 700 damage sehr schick! bei ihm wird jetzt alles aufgehoben aber okay, 500 damage ist auch in ordnung und jetzt finishen wir das ding und ein hold up sehr schön oh! futava! futava! foudava! it doesn't matter what you say futava ist MY property Shut up! Shut up! Shut up! If only I had never birthed you! No matter what you say to me, I will live! Fire! Yeah, 113 Schaden der Schuss. Richtig jämmerlich, aber okay. Wenn's sie killt, wieso nicht? Wunderbar, 26.000, fast 5.000 EP. Nehmen wir mit. Und Futaba bekommt auch schon ihren ersten Level ab. Wunderbar! Ah, das ist eigentlich vollkommen egal. Auch egal. Verteidigungsmeister, das klingt nice. So, hier haben wir zwei Heal-Skills. Da haben wir bei einem Gegner bei allen. So, das nehmen wir mal weg. Ah, sie hat doch ne Maske. Ah, sie hat doch ne Maske. Ente mich mir wieder. Ein weiteres Malherus! Mom? Huh? Futaba. Thank you for choosing to remember the real me. I'm sorry for being so selfish. Mom! Don't come over here. This isn't where you're supposed to be, is it? But I finally got to see you again! Are you being selfish again? Um, I... I love you, Mom! I love you too, Futaba. Now, you should get going. Oh, right, Majid. Where are you going? Home. Um, I know how to use the nav now. Oh, right. She left. That girl marches to the beat of her own drum, doesn't she? Like you're one to talk. But if we have her on our side... Wait, what about her treasure? Oh, yeah, we almost forgot. It's empty? What's going on? Wasn't it supposed to be here? Futaba herself was the treasure. And she's gone, so of course it's empty. Shoot. This is bad. What's the matter? Not only did the real person come into her own palace, she awakened to a persona while she was here. This place could collapse any second now. We've accomplished our mission if her palace is crumbling. We should hurry back to reality. That would be wise. It's catching up to us! Bernie, here's a bitch! Hanna, I turned into a car already! I know, I know! I... Wolf! Ah! 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 Ah, ah! 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 You guys still alive? I thought I was gonna die and... Hey! Will you let go already? Sorry! Not again. was that sound hmm what are you guys doing out here reminds me where's futaba what about futaba oh um yes we came all this way so how about we enjoy some coffee oh that's a great idea that's fine but i'm not thirsty though oh i almost forgot i have some business to take care of so you guys go on ahead okay gotcha let's go see futaba what should we do hey don't you know a doctor you do can you contact them a house call is gonna cost you you know how much will it be that was a joke so um how is her condition her pulse breathing temperature and blood pressure are all normal no ocular abnormalities either i'm not sure why but it seems this girl is in some kind of light stupor furthermore she lacks muscle for her age i doubt she has much stamina either i see the rebound from her awakening was too strong there may have been too many abnormal circumstances we simply cannot keep quiet about this we should let boss know we should let boss know wouldn't he figure out our identities still we should tell him shouldn't we that's not gonna solve anything letting him know is really the only option we have i guess it can't be helped now just keep the circumstances that led up to this a secret okay hey futaba hey oh dear uh um about futaba whoa why do you guys look so down futaba chan's condition what this it happens every so often huh she must have used up all her energy it's like she ran out of batteries i think it happens because she doesn't get enough exercise what she stays like this for a few days whenever this happens i'll make sure she gets plenty of rest here keep an eye on her i'm gonna go close the store it's hard to describe how i feel right now yeah i'm feeling pretty frustrated i'm glad she's okay but what are we gonna do about medjet i'm tired i'm gonna sleep for a bit she fell asleep again futaba chan for a bit how much is she planning on sleeping we probably shouldn't wake her up either what to do it's too late for us to find another hacker all we can do is wait for her wake up yeah vor allen dingen sollten wir uns entspannen wir haben noch 20 tage oder so we can do um so is Gut, wir werden... Einfach mal schlafen gehen und morgen die Sommerferien genießen oder damit anfangen die Sommerferien zu genießen. Schauen mal, wann Futaba wieder fit ist und sich um Magi kümmert, wird sie definitiv. Sie ist halt ein bisschen fertig und kaputt, gestehen wir ihr zu. Aber ihre Story war schon ziemlich traurig, ziemlich heftig, hat aber für sie am Ende ein super Happy End gegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017